Wir wollen aber erstmal starten mit der Fußball-Bundesliga und zwar mit dem aktuellen Trainerkarussell. Das hat sich ja sehr gedreht, also wir dachten, letztes Jahr war es schon extrem. Dieses Jahr wurden dann auch wieder einige Trainer ausgetauscht. Was ist denn bei dir so die spannendste Trainerpersonalie? Ich finde, es gibt einige, die einige Storylines mitbringen. Ich finde Farke in Gladbach besonders interessant, weil wir ihn jetzt schon längere Zeit in England erleben konnten. Und er da ja auch für die Möglichkeiten, die er da hatte, sehr erfolgreiche Arbeit gemacht hat. Aber natürlich gemessen an der Fallhöhe ist, glaube ich, Edin Terzic bei Dortmund ein ganz großes Thema. Der Mann hat ein halbes Jahr Profitrainer in seiner Vita stehen und muss jetzt mal Marco Rose übernehmen. Und Dortmund eine ganze Saison, mindestens eine ganze Saison lang, durch alle Wettbewerbe führen. Das hat eine extrem große Fallhöhe, finde ich. Traust du es ihm denn zu? Ich bin unentschlossen. Natürlich, wir haben irgendwie dieses halbe Jahr, was da mit dem DFB-Pokal irgendwie gekrönt wurde, gut in Erinnerung. Und ich glaube, auch viele Dortmund-Fans sind halt einfach mit so einem wohligen Gefühl aus der Saison gegangen. Aber das ist halt jetzt nochmal was anderes. Das ist nicht so Interimsweise, das ist jetzt ein richtiger Cheftrainer-Posten mit irgendwie fünf, sechs, vielleicht sieben Neuzugängen. Das muss man auch erstmal alles unter einen Hut bekommen, ohne Haaland, ohne ein paar andere erfahrene Spieler auch. Komplette neue Innenverteidigung. Also das ist eine große Aufgabe. Und ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich will nicht sagen, dass ich es ihm nicht zutraue. Das wäre unfair ihm gegenüber. Aber meine Euphorie ist ein bisschen zurückhaltend, würde ich sagen. Grundsätzlich ist es ja dann doch so, dass es eine Entwicklung in der Bundesliga gibt. Und das ist ja erstmal was Positives, dass man nicht mehr zwingend mitten in der Saison den Trainer entlässt, außer bei Schalke. Aber dann... Es gibt auch andere Vereins, die ich wollte gerade sagen. Ja, ja, okay, okay. Noch traut er sich das, noch sind die Schalke-Spieler nicht da. Ja, ja. Worauf ich hinaus will. Also du hast ja jetzt in der vergangenen Saison schon relativ viele Trainer gehabt, die im Sommer gekommen sind. Und relativ wenige Trainer, die dann entlassen wurden während der Saison. Du hast einfach eine komplette Vorbereitung, du kannst die Mannschaft kennenlernen, du kannst in Ruhe arbeiten und dein Spielkonzept erstmal aufbauen. Also du bist weniger Retter, sondern eher Aufbauer. Und das ist eine Sache, vor fünf, sechs Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Da hat man gesagt, ja, wenn dann am 30. Spieltag ein Trainer kommt, dann sollte er auch erstmal einen Drei-Jahres-Vertrag bekommen, was jetzt glücklicherweise nicht mehr der Fall ist. Und das ist eine Sache, dass man da auch sieht, dass professioneller gearbeitet wird in der Bundesliga. Und das ist zumindest mein persönliches Gefühl. Ich finde schon, dass es immer noch Vereine gibt, die genau in diese Falle tappen. Aber weniger. Weniger. Wenn wir über Schalke reden, mit David Wagner hätte man auch vor der damals neuen Saison etwas anders entscheiden können. Oder Ole Gunesolsker war auch so interimsweise übernommen. Gut, ist jetzt nicht Bundesliga, gebe ich zu. Aber es gibt immer noch so ein paar Vereine, die in diese Falle tappen. Aber ich finde es halt spannend, dass man so einem jungen und, sagen wir wie es ist, unglaublich unerfahrenen Trainer so eine große Aufgabe zutraut. Dann lass doch jetzt nochmal ein bisschen ausführlich über Eden Terzic sprechen. Denn ich finde gar nicht, dass diese erste Phase so positiv bei ihm war. Es hat schon lange gebraucht, bis er dann so langsam seinen Weg gefunden hat. Der große Vorteil ist halt sein Charakter. Dass er so beliebt war, dass die Spieler wirklich mit ihm durchs Feuer gegangen sind. Was ja davor nicht zwingend der Fall war. Aber so rein vom Spielerischen hat er es ja von diesen, ich glaube fünf Monaten, die er da war, dreieinhalb gebraucht, bis es so halbwegs funktioniert hat. Ja, deswegen, das meinte ich mit dieser Krönung, mit dem Titelgewinn. Am Ende haben wir sie, glaube ich, diese Phase besser in Erinnerung, als sie letztendlich war. Klar, sie sind dann in der Champions League, wenn ich mich erinnere, natürlich auch noch die entscheidenden Plätze geklettert. Aber ich erinnere mich auch daran, also die ersten Wochen waren schon weg. Aber man muss, glaube ich, so einem jungen Trainer auch eingestehen oder zugestehen, dass er halt diese Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt. Und er macht sie halt auf einer sehr großen Bühne, anders als andere Trainer, die dann irgendwie erst mal woanders sich ein bisschen austoben. Und nicht gleich bei einem Champions-League-Teilnehmer. Vor allem, weil es ja jetzt auch mal wieder so gefühlt eine Saison ist, wo man schon glaubt, dass Dortmund auf jeden Fall intern so ein bisschen kommuniziert, dass man schon angreifen möchte. Welche nicht. Nein, welche Saison in den letzten fünf, sechs Jahren war nicht genau so. Jede Sommerpause, ah, Dortmund hat gute Arbeit gemacht. Das könnte spannender werden als die letzten Jahre. Aber ich finde, es gibt schon auf jeden Fall Transfersommer, aus denen wir rausgegangen sind. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wir sind Ende Juni. Eigentlich geht es ja erst am 1. Juli los, wo man schon gedacht hat, okay, das ist ein beliebtes Wort, so eine Übergangssaison, wo man dann erst mal schaut. Aber ich glaube, mit den Transfers, die man jetzt getätigt hat, mit Adeyemi, Schlotterbeck, Süle, gleich drei Nationalspieler, dann bekommst du jetzt noch Allaire dazu. Also fühlt sich das nicht schon ein bisschen größer an als vielleicht sonst? Wie seht ihr das? Ich würde schon sagen, dass es größer ist als sonst, weil auch die Spieler größer sind als das, was man gekannt hat. Also weil sie halt schon in der Bundesliga waren. Schlotterbeck, der Innenverteidiger der vergangenen Saison. Adeyemi, der Shootingstar. Da übrigens eine ganz nette Geschichte. So ein halbes Jahr, bevor dieser große Hype um ihn begonnen hat, war ich in Unterhaching und habe dort mit seinem Mentor gedreht, mit Manni Schwabel, der ihn dann auch entdeckt hat. Und da habe ich gefragt, naja, jetzt ist er in Salzburg, wie schaut es aus, wird er irgendwann mal in der Bundesliga sein? Und dann sagt er, nee, glaubt er nicht, dieser Kelch geht an der Bundesliga vorbei, alle haben es verpennt. Also der wird sofort nach England gehen. Und da dachte ich mir schon, okay, wenn es der Mentor sagt, dann wird da wahrscheinlich was dran sein. Also dass er jetzt in Dortmund ist beim BVB, könnte man schon so als Sensation bezeichnen und das ist ja auch eine positive Sache, dass wir solche Spieler in der Bundesliga haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube aber trotzdem, dass es eine Übergangsphase ist jetzt beim BVB. Dass man dann doch nochmal ein bisschen braucht, bis es dann tatsächlich soweit ist, dass jedes Zahnrad ineinander passt und dass dann auch die Spieler das entfalten können, was das Potenzial ist. Von daher jetzt von der Meisterschaft dann auch zu sprechen, wäre deutlich, deutlich, deutlich zu früh. Aber du würdest zustimmen, wenn du sagst, dass für dich Terzic auch so die interessanteste Personalie ist oder fällt dir da noch ein anderer Trainer ein? Nee, ist die interessanteste Personalie, definitiv. Die Fallhöhe, über die du, Krügel, gerade noch gesprochen hast, ist halt, dass jeder in ihm den neuen Klopp sieht. Zumindest so rein vom Charakter oder man schon wieder diese Vergleiche macht, so nach dem Motto, ah, der ist beliebt, der ist ein emotionaler Kerl und so weiter. Und wenn du halt so weit oben bist und so gepusht wirst, obwohl er das wahrscheinlich überhaupt nicht mag, dann bist du auch sehr schnell sehr weit unten. Naja, und weil halt jetzt genau diese Narrative entstehen mit, oh, man holt Haller, man holt den, man holt den und man spricht so positiv über die Transfers. Wir haben auch positiv, ich glaube, 2018 war es, wo sie Nico Schulze, Herrn Brandt und Hazard geholt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass dieses Transferfenster ähnlich betrachtet wurde. Hummels noch, der war, glaube ich, auch noch im gleichen Jahr, kann das sein? Nein, das war 2017. Aber da hat man auch sehr positiv darüber gesprochen und man darf auch nicht vergessen, diese Offensive sah vor einem Jahr oder gut einem Jahr noch, bestand die noch aus Tensche und Haaland. Die musst du erstmal qualitativ ersetzen, um diesen Meisterschaftskampf wieder spannender zu machen. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass Terzic und die neuen Spieler das hinbekommen. Abwarten. 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 Vielen Dank.